Guten Morgen aus dem Studio vom IMAX Kino am Potsdamer Platz in Berlin. Auch von mir einen ganz herzlichen guten Morgen zu unserem allerersten Panel. Film ab für IMAX. Ich freue mich wahnsinnig. So, nach diesen spannenden Einblicken in die anstehenden Produktionen der Leonine Studios haben Sie jetzt zwei Stunden lang die Gelegenheit, sich die virtuellen Messestände der Aussteller und der Verleiher anzuschauen und auch wie im wirklichen Leben mit dem einen oder anderen dann dort ins Gespräch zu kommen. That's the real magic. Tschüss. Bye-bye. Wie heißt der Film? Unterlegts. Allerdings das W fehlt. Ja. Ich bin